Ich kann nicht aus dir aufpassen, ich muss ein Fritschi. Nur noch heute Abend. Ich mach's auch wieder gut. Versprochen. Papi! Warum hast du mich angerufen? Ist er da? Ja. Und jetzt wird alles anders. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Das ist ein brutales Arschloch. Er macht auch mal einen Fehler. Das wir zusammenhalten, so wie früher. Das ist das Wichtigste. Wenn er dich anfasst, dann bring ich ihn um. Sollte du mal! Jetzt hättest du auch nur meine eigenen Kinder gegen mich auf. Die ganzen scheiß Frauen sind doch alle selber schuld, müssen nichts machen. Das war das letzte Mal. Jetzt ist Schluss. Papa, bitte. Das war's. Tschüss. Musik. Musik. Musik.